Ich bin die Herren! Du bist auch ein bisschen Burg Fräulein noch eigentlich. Nein, ein bisschen zu Eifel Fräulein! Kommt! Ja, ich bin jittert! X2 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vieles der besten Beine Deutschlands kommt hier aus dieser Region. Woran liegt das? Was macht den Beinen hier so gut, dass wir uns gleich Silke Hansen erzählen? Außerdem kommt ein Hochzeitspart von uns zu Gast, die genau hier morgen heiraten werden. Das Leben ist schön, aber für viele Menschen hat das Leben ab morgen, späten, nachmittags kein Sinn mehr. Was kommt danach, nach dieser Bundesliga? Es wird nochmal ein spannender Tag. Wir haben Fußballfans getroffen und gefragt, wie sie jetzt mit dieser psychischen Belastung klarkommen, dieses tiefe Loch zu falten und haben ein paar nicht ganz ernst gemeinte Tipps und Tricks. Außer in Deutschlands Tierheim, wir sind voll mit Katzenbabys, weil Katzen ungewollt schwanger werden, einige Pflege zu erfordern, deshalb die Kastrationspflicht einzuführen. Es gibt nach Hamburg jetzt die Jens-Miga zur Tagesschau. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast heute Morgen gesagt, die Wolke, die jetzt hier ist, hätte eigentlich gar nicht da sein dürfen. Ja, die müsste eigentlich 20 Kilometer weiter nördlich sein. Was sind schon 20 Kilometer für so eine Wetterwolke? Eigentlich ist das ja jetzt eine Zeit, wo wir Menschen so ein bisschen Frühlingsgefühle bekommen, aber bei Tieren und vor allem auch bei Katzen ist das jetzt auch gerade die Zeit, die so richtig hollig werden. Ja, und da geht es um eine der 14 Millionen Hauskatzen, die wir in Deutschland in unserem Haushalt anlagen. Gerne mal durch die Klappe nach draußen. Das ist unser heutiges wirres Wort. Na, so sonst, was könnte das heißen? Vielleicht ein kleiner Tipp. Wir feiern da Geburtstag. Auf einer Geburtstagsfeier ist das quasi eine Aktion, die ganz wichtig ist. Frau Burgfräulein, Frau Varell, Sie müssen dann bitte... Ich bin kein Fräulein mehr. Ja, Entschuldigung, Burgherrin. Naja, komm, ein bisschen auch noch. Ich bin die Herren. Du bist auch ein bisschen Burgfräulein noch eigentlich. Nein, ein bisschen zu alt, Fräulein. Kommt. Wenn du jetzt gleich noch am Seil hochklettern, das gebe ich dir einen Zehner. So, Achtung. Ja, gereicht. Das ist ein frei befüllter Beutel. Da ist eine Live-Nach-Neuen-Ente drin. Ja, Isabelle, Sie können jetzt einfach die Begrüßung noch einmal so bis hin. Hier, da werden hier. Ah, da bist du nicht dabei. Nein, hier, durch. Noch 30. Alex. Wo bist du dann, Burgherr? Du bist quasi gut hier. Genau. Ich bin hier. Dann, da sind die Begrüßung. Ich bin hier. Ich bin hier. Dann, da sind die Begrüßung. Ich bin hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020